Seit dem Jahr 1959 ist das Malerhandwerk im Landkreis Landshut mit dem Namen Deinböck verbunden. Der Betrieb wird in der zweiten Generation durch Malermeister, Farben- und Lacktechniker Edgar Deinböck sowie dem Betriebswirt Walter Deinböck geführt. Wir fühlen uns verpflichtet, unsere Kunden zu begeistern und ihnen größtmögliche Nutzen zu bieten. Mit diesen Worten beginnt unsere Firmenphilosophie. Ob Fassadenanstriche, dekorative Wandgestaltungen, Tapezieren von Wandbelägen und Tapeten, Lasur- und Lackierarbeiten sowie Renovierungsanstriche an Decken und Wänden, die Tätigkeitsbereiche sind weit gefächert. Darüber hinaus werden alle im Neubaubereich vorkommenden Anstriche und auch Wärmedämpferbundsysteme ausgeführt. Heimwerker finden Materialien in Profi-Qualität im neu ausgebauten Profi-Malershop in der Boschstraße 18 in Geisenhausen. Unsere Mitarbeiter sind motiviert, bestens ausgebildet und werden durch Fortbildungsmaßnahmen laufend fachlich und sozial geschult. Wir legen großen Wert auf kundenbezogene Beratung, termingerechte, fachlich korrekte und saubere Ausführungen. Besonders stolz sind wir auf unser Qualitätssiegel im Malerhandwerk, das wir als einer der ersten Malerbetriebe in Deutschland verliehen bekommen haben. Das ist die Frage, die wir als einer der ersten Malerbetriebe in Deutschland verliehen können.